... zu haben, aber es ist sehr schnell komplex mit den verschiedenen Farben. Nein, vor allem rein mit dieser Übung von hell-dunkel sieht man eine Struktur entstehen. Und wie viel zu tun es gibt, wenn ich aufstehe. Wie gesagt, dass ihr die ganze Fläche von Anfang an quasi attackiert habt. Das ist wirklich eine Leistung. Ja, da steht noch ein bisschen mehr da hin. Ja, man muss da ganz ganz ganz. Das gilt auch nicht, dass die Stamm irgendwie lösen. Aber bei dir ist immer nicht, dass ich mir so nahe nicht gesehen habe. Da sieht man hier so viel Blätter, diese Fläche. Ich rieche nicht, das riecht nicht mehr Blätter, ne? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich rieche ja. Aha. 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 Ja, ich glaube, jetzt haben wir das Siesta verdient. Kaffee wäre gut, hm? Morgen nehmen wir eine Kaffeemaschine mit, das stimmt. Ich habe noch einen Moment gedacht. Oder ein Thermoskrupp vielleicht? Ja, genau. Ja, genau. Ein Thermoskrupp, dann können wir jetzt vielleicht ein Feuer drauf kaufen. Mhm. Ein Kaffee wäre dann ganz gut aufsichtbar. Ja, weil jetzt. Ja, ich denke, dann geht es nicht. Okay, dann gehen wir mal. Ja, ne? Ja, ganz toll. Keine. Vielen Dank.